100% elektrisch, ihr seht ihn hier im Bild in diesem Orange und wir können ihn hier schon konfigurieren, wollen uns einmal angucken. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Vorsprung Elektro. Hier ist der Mike und heute habe ich euch den brandneuen MG4 EV mitgebracht. Den habe ich auf der Internetseite von MG Motors UK gefunden und da kann man auch schon das Fahrzeug konfigurieren und wir wollen uns das mal näher anschauen. Erhältlich ist er dort ab 25.995 Pfund, das wären umgerechnet 30.826 Euro. Und wir gehen da mal rein auf den MG4, 100% elektrisch, ihr seht ihn hier im Bild in diesem Orange und wir können ihn hier schon konfigurieren, wollen uns einmal angucken, was er so für Sachen mitbringt, denn das wird sicherlich einige interessieren von euch. Wir haben, wo haben wir die technischen Daten hier, gehen wir erstmal auf konfigurieren. Erstmal haben wir verschiedene Ausstattungen. Wir haben die Ausstattung SE, ich nehme an, dass das die Ausstattung Komfort ist. Und wir haben die Ausstattung SE Langstrecke, das ist also Komfort und wir sehen es hier unten mit dem Antriebsstrang 51 Kilowattstunden Eingang und dann Trophäe Long Range. Da wären wir dann auf 64 Kilowattstunden. Also nochmal, wir gucken mal. Also die normale Komfortausstattung hat 51 Kilowattstunden Akku und ist hier im arktischen Weiß. Hier oben seht ihr immer den Preis, könnt ihr dann selber umrechnen, das ist natürlich alles im Pfund und das könnt ihr in Euro umrechnen. Dann haben wir hier das Blau, ist auch noch wählbar, sieht auch eigentlich so jetzt sehr schick aus. Dann hätten wir schwarz, dann das Grau und ein Rot haben wir dann noch auszuwählen. Und das Ganze ist natürlich jetzt auch noch in der SE Langstreckenversion. Das bedeutet dann, wie ihr hier seht, 64 Kilowattstunden Akku und Komfortausstattung. Und zusätzlich würde ich dann sagen, dass diese Trophäe Long Range Geschichte, das ist dann die Luxury Version. Auch hier in dem Rot, man sieht auch hier hinten dann getönte Scheiben. Ja und jetzt gucken wir uns dazu mal noch weitere Ausstellungen an. Hier seht ihr den Preis ab 32.190 Pfund. Wie gesagt, umrechnen dann einfach selber, sind wir ca. bei 37.500 Euro. Und wir haben 64 Kilowattstunden Akku, das ist ja das, was wir wissen wollen. Was haben wir denn an Ausstattung dabei? Und wir schauen jetzt einmal, ob wir hier auf der Seite auch noch ein paar Details zu den ganzen Geschichten finden. Wir sehen hier aktive Notbremsung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung, Spurhalteassistent mit Spurverlassenswarner, Stauassistent, intelligenter Geschwindigkeitslimiter mit Verkehrszeichenerkennung und Fernlichtassistent, tote Winkelassistent, Spurhalteassistent, Querverkehrswarner hinten und Türöffnungswarner steht hier noch. So würde das Ganze hier vom Innen aussehen. Wir haben natürlich das Lenkrad auf der linken Seite, ansonsten wird sich das vermutlich nicht unterscheiden. Die Reichweitenangabe ist hier 450 Kilometer, kombinierter WLTP-Zyklus. Das wäre dann ein Verbrauch von 16 Kilowattstunden, wird hier angegeben auf 100 Kilometer. Ja, aber wir kommen noch, wir haben auf jeden Fall hier noch mehr Informationen. Zumindest hatte ich noch welche gefunden. Jetzt schaue ich mal gerade. Ja, und der Wagen soll natürlich jetzt noch Ende, ach hier Spezifikationen, nee. Wo sind denn noch mehr Details jetzt hier? Ich hätte doch irgendwo, ach hier haben wir es, genau. Jetzt sieht man es hier auf der Seite, vollständige Spezifikationen. Da gehen wir doch mal drauf einmal. Dann finden wir sogar noch etwas mehr. Hier erweiterte Fahrassistent-System, MG Pilot und hier habt ihr dann die einzelnen Versionen, der normale, der Long Range und der Luxury Long Range. Was dann an Ausstattungsmerkmalen dabei ist. Wir haben eine aktive Notbremsung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung. Spurhalteassistent mit Spurhalteassistent, Stauassistent, intelligenter Geschwindigkeitslimitassistent mit Verkehrszeichenerkennung, intelligenter Fernlichtassistent, adaptiver Tempomat, Fahreraufmerksamkeitsalarm, toter Winkelerkennung, Spurhalteassistent, Querverkehrswerner hinten und ein Türöffnungswarner. Und dann geht es weiter hier mit den Außenabmessungen. Die sind sicherlich auch interessant. Wir haben 4,28 Meter, also ein sehr kompaktes Fahrzeug. Eine Gesamtbreite inklusive der Spiegel von 2,06 Meter. Dann die Normalbreite, also ohne die Spiegel 1,83 Meter, 6 Meter, also 1,84 Meter. Eine Höhe hat das Fahrzeug von 1,50 Meter und Radstand könnt ihr hier selber noch nachlesen. Dann gehen wir mal die Abmessungen im Innenraum. Da haben wir ein Kofferraumvolumen. Ein Kofferraumvolumen von 363 Litern und ein Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen von 1,177 Litern. So, dann gehen wir zum Fahrzeugäußeren. Gucken wir mal da, was wir dort haben. Projektor-LED-Scheinwerfer sind Standard von der Grundausstattung her. Beim Long Range Luxury haben wir dann noch dieses Projektor-LED-Scheinwerfer mit reflektierender Technologie. Dann die LED-Tag- oder das LED-Tagverlicht ist in die Blinker vorne integriert bei dem Luxury-LED-Rückleuchten bei allen Versionen. Lichtleiste hinten in der Mitte mit Mustereffekt. Das wäre also das, was ihr am Heck schon auf ein paar Bildern schon vielleicht gesehen habt. Das wäre dann auch noch bei der Luxury-Variante. Automatische Scheinwerfer, LED-Bremslicht in der Mitte, sowieso Standard, genau. Und zweifarbiges schwarzes Dach können wir auch nur bei der großen Variante wählen. Getönte Scheiben auch überall mit drin. Sichtschutzglas hinten wäre dann noch beim größten hier, Trophy, wäre das noch mit drin auch. Dann haben wir Twin-Aero, Heckspoiler haben wir auch nur beim großen. Parksensoren ist Standard auch. Elektrisch verstellbare, beheizbare Außenspiegel. Und schwarze Außenspiegel beim Trophy dann nochmal. Und dann hier unten die verschiedenen Farben, wo man die wählen kann. Also beim normalen Standard ist das in... Also ist er in Orange zum Beispiel gar nicht zu bekommen, wie ich hier sehe. So, dann gehen wir aber weiter. Komfort und Bequemlichkeit. Gucken wir da auch nochmal. Klimakontrolle, soll wohl Klimaanlage sein. Dann haben wir ein voll digitales 7 Zoll Fahrer. Informationsdisplay. Automatisch abblendbarer Rückspiegel. Was für viele auch sehr wichtig ist, hier die SVTL. Also Vehicle to Load. Der Aufladung, maximale Last von 2200 Watt ist mit dem Fahrzeug möglich. Beheizbares Lenkrad gibt es auch nur in der großen Variante aktuell. Lederlenkrad sowieso. Reichweiten- und Höhenverstellbares Lenkrad. Das heißt also in alle Richtungen verstellbar. Verschiedene Fahrmodi. Eco, Sport, Snow, Custom und Standard. Dann haben wir vier regenerative Bremsmodi. Das bedeutet also einen automatischen Rekuperationsmodus. Und drei verschiedene Stufen. Ja, dann schauen wir mal. Unterhaltung im Auto. Hier gehen wir weiter. Ihr könnt euch das ja wie gesagt selber auf den einzelnen, auf der Internetseite von MG Motors UK noch anschauen. Lautsprecher. Haben wir hier sechs Lautsprecher. Auch ein Audiosystem mit 3D-Sound. Auch im Trophy Long Range. DAB ist Standard. 10,25 schwebender Farb-Touchscreen. iSmart mit Lademanagement und dem Ganzen. Also die App dafür, fürs Fahrzeug. Ist auch bei allen dabei. Satelliten-Navigation. Apple Carplay, Android Auto und eine 360-Parkkamera wäre auch beim Großen hier nur dabei. Drahtlose Handyladegerät dann auch. Gehen wir weiter mit Sicherheits- und Schutz. Ja gut, ABS, Isofix, Seiten-Airbags, Doppel-Airbag, Seiten-Airbag, Greif-Druck-Kontrolle. Also alles, was hier so, was im Normalfall jetzt auch mal Standard sein sollte bei den Fahrzeugen. Ja, und kommen wir zur Leistung. Gucken wir uns das doch mal an. Denn das sind auch noch mal ganz interessante Sachen. Die Höchstgeschwindigkeit in Meilen pro Stunde wird hier angegeben bei 100 Meilen pro Stunde. Batteriekapazität beim kleinen Akku 51 Kilowattstunden. Davon sind 50,8 nutzbar. Beim Großen 64 Kilowattstunden und Nutz 61,7 Kilowattstunden. Wir haben beim Kleinen eine Leistung auf der Hinterachse von 170 PS bzw. 125 kW. Beim Großen Long Range dann 150 kW bzw. 203 PS. Das maximale Drehmoment ist 250 Newtonmeter. 0 auf 60 Meilen pro Stunde, 7,5 und 7,7 Sekunden. Dann haben wir eine Ladezeit. 7 kW Schnellladegerät wird hier angegeben. 7,5 Stunden bei 25 Grad und 9 Stunden beim Großen Akku. Da ist jetzt die Frage, ob das dann einphasig ist hier mit 7 kW. Also sieht so aus, dass hier kein 11 kW Lader verbaut ist. Dann haben wir eine geschätzte Ladezeit beim öffentlichen Laden hier mit 50 kW Schnellladegerät von 10 bis 80 Prozent. In 52 Minuten beim kleinen Akku und in 60 Minuten beim 64 Kilowattstunden Akku. An einer Ladesäule mit 150 kW soll das dann möglich sein von 10 bis 80 Prozent in 39 Minuten oder in 35 Minuten beim 64 Kilowattstunden Akku. Ja, dann seht ihr hier die Reichweiten in Meilen und unten haben wir dann nochmal die kombinierten Verbräuche beim kleinen 17 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. 16 Kilowattstunden und 16,6 Kilowattstunden. Allerdings ist hier keine Angabe, die Akkugröße ist zwar angegeben, aber keine Angabe, was für Akkus hier verbaut sind. Falls ihr da genaueres wisst, könnt ihr gerne das in die Kommentare schreiben. Das würde mich doch sehr interessieren. Dann Räder und Reifen haben wir bei allen 17 Zoll Leichtmetallfelgen mit aerodynamischer Abdeckung mit geringem Windwiderstand. Sitzplätze bei allen, genau, haben wir verschiedene nochmal, schwarze Stoffpolsterung bei den normalen und schwarzer Lederstil mit Stoffeinsätzen beim Luxury. Sechsfach vorstellbar elektrischer Fahrersitz wäre dann beim Luxury auch mit drin und beheizbare Vordersitze. Ja, und zweite Reihe, 60-40, kann geteilt werden. So, dann kommen wir zum Fahrzeuggewicht. Leergewicht beim kleinen Akku 1655 Kilo und bei dem großen Akku 1685 Kilo. Ja, zulässiges Gesamtgewicht der Fahrzeuge, ja, ca. 2100 Kilo, beim großen 2130 Kilo. Und hier seht ihr nochmal die verschiedenen Versionen, ja, die verschiedenen Farben. Also, wenn ihr Neuigkeiten zum MG vorhaben wollt, dann einfach den Kanal abonnieren. Und wenn ihr was dazu wisst schon, gerne auch in die Kommentare. Lasst einfach Kommentare da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und hier seht ihr auch nochmal diese Rückleuchten. Was da, dieses LED-Rückleuchten-Design, sieht ja auch ganz schick aus. Also, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, um weitere Videos mit dem MG4 und MG5 zu bekommen. Und gerne, teilt euch mit in den Kommentaren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Euer Maik. Eimers boiler. Eimers ALISSA Eimersa Bis zum nächsten Mal.